Sterne des Sports überreicht. Am Dienstag hatte die Volksbank Dessau-Anhalt ins NH-Hotel geladen, um die begehrten Sterne des Sports in Bronze zu verleihen. Acht Vereine hatten sich mit ihren sozialen und kreativen Projekten beworben. Vier von ihnen konnten sich nun über die Preise freuen. Auch in diesem Jahr konnte sich die Volksbank Dessau-Anhalt über ein fachkundiges Urteil von Jurymitglied Waldemar Schapinski und dem Dessauer Sportdirektor Ralf Hirsch freuen. Gemeinsam mit Manfred Bär, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Dessau-Anhalt, wurden in diesem Jahr neben dem Hauptpreis erstmals drei statt zwei Vereine für ihre Leistungen ausgezeichnet. Unter den Preisträgern waren der Sportverein Dessau 05 mit seiner Jugendspielgemeinschaft Union 2011 Dessau, die Kinder- und Jugendtanzgruppe Sunshine und die Sportgemeinschaft Jeberberg Frieden. Über den ersten Platz konnte sich in diesem Jahr der Reha-Sportverein Kraftwerk freuen. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro soll helfen, die vielen Aktiven des Vereins auch in Zukunft fit und leistungsfähig zu halten.